Ja, wir haben am Campingplatz mehrere Möglichkeiten. Es gibt ein schönes Wiesengelände. Alle Stellplätze sind parzelliert, schön angelegt. Wir haben sonnige wie auch schattige Plätze. Es sind überall junge Laubbäume. Im Hauptgebäude befinden sich die Waschgelegenheiten, die sanitären Anlagen mit Wellnessbereichen. Wir haben das Solarium, Sauna und natürlich, was auch beliebt ist bei unseren Campinggästen, das Restaurant. Wir haben auch am Campingplatz die Mietbungalus. Hunde sind jederzeit willkommen. WLAN haben wir auch überall. Wir haben auch Anschlüsse, Wasserversorgung, Gasversorgung direkt am Platz. Wir haben auch Stromkästen. Alle sind versehen mit einem Zähler. Da ist die Anfahrt zum Camping. Da sind die Highlights in der näheren Umgebung. Und unter dem Video haben wir die www.oetztalkamping.at unser Link zu unserer Homepage.